Für die SPD-Fraktion hat sich nun Herr Kaffenberger zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bilanz der schwarz-grünen Landesregierung beim Breitbandausbau ist schwach. Seit es das Digitalministerium hier in Hessen gibt, tut sich im Vergleich zu den anderen Ländern nichts. Ende 2018 war Hessen bei 1.000 Megabit pro Sekunde auf einem mittelmäßigen Platz 9. Ende 2019 lagen wir dann nur noch auf Platz 12. Mitte 2020 dann wieder auf Platz 9. Grund dafür – es wurde in der Debatte schon angesprochen – für dieses Rückkehr ins Mittelmaß ist allerdings kein meterverlegtes Glasfaserkabel, sondern die marktgetriebene Erküchtigung von Kabelnetzen vorrangig im Ballungsraum. Man könnte sich fragen, ob das Motto der Bundesregierung jetzt ist, zum Glück wieder Mittelmaß. Leider ist es aber so, dass nach dem letzten Breitbandatlas der Bundesregierung von Ende 2020 Hessen wieder nur auf Platz 11 steht. Unter dem Bundesdurchschnitt vom Mittelmaß kann man da aus meiner Sicht nicht mehr sprechen. Ich frage Sie ernsthaft, ob das unser Anspruch für Hessen sein kann. Einem flächendeckenden Glasfasernetz sind wir also kaum nähergekommen, und das wissen CDU und GRÜNE auch. Sonst hätten Sie neben dem Antrag unter Punkt 1 oder heute in den Reden auch einmal etwas zu 1.000 Megabit pro Sekunde zu dieser Kategorie oder der echten Glasfaser anschüssen gesagt. Stattdessen wird sich hier auf 50 Megabit pro Sekunde bezogen. Bei Homeoffice, Videokonferenzen, Cloud-Anwendungen, dem digitalen Unterricht etc. muss ich mich schon fragen, ist 50 Megabit pro Sekunde wirklich eine zeitgemäße Bezugsgröße? Für Schwarz-Grün ist das Fortschritt. Aber die Tuwak-Raten sind nicht gerade besonders positiv, anders als bisher dargestellt wurde. Die Daten aus dem Breitbandatlas aus dem letzten Zeigen – von anderen Ländern wurde schon gesprochen – im Zeitraum von Ende 2018 bis Ende 2020, also in der Zeit, in der es in Hessen ein eigenes Digitalministerium gibt, folgende Länder bei der Ausbaugeschwindigkeit vor Hessen lagen. Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpombe und Rheinland-Pfalz. Und wenn ich mich recht entsinne, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind es komischerweise die Länder, die gar kein eigenes Digitalministerium haben. Und das lassen wir jetzt einfach mal auf uns wirken. Nun zum Antrag der FDP. Breitbandausbau ist eben komplexer, als nur auf die Ausbaugeschwindigkeit zu schauen. Und deswegen aus dem Antrag hier wird aus meiner Sicht nicht ganz klar, was Sie wollen. Im Titel und unter Punkt 1 schreiben Sie von Gigabitnetzen – das fiel auch in der Rede oft – Sie meinen damit Kupfer- und Kabelnetze. Unter drittens geht es dann um Glasfaser. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, niemand wird bezweifeln, nichts ist schneller als Licht. Und Glasfaser ist daher die beste Technik in Sachen Geschwindigkeit. Aber es geht eben um mehr als nur um Geschwindigkeit, sondern um andere wichtige Quality-of-Service-Parameter. Dazu gehört unter anderem die Latenz. Diejenigen, die Online-Games machen, werden es wissen. Aber auch Ausfallsicherheit, selbsterklärend. Und vor allem, liebe Grüne, Energieeffizienz und damit auch CO2-Verbrauch. Und bei all diesen Kriterien hat Glasfaser ganz klar die Nase vorn. Daher, liebe FDP, vielleicht ist es besser, richtig auszubauen als falsch auszubauen. Ich könnte jetzt noch weitergehen und sagen, Kabelnetze bzw. Gigabitnetze hemmen ja sogar die Nachfrage nach echten Glasfaseranschlüssen. Also zumindest in der ökonomischen Theorie ist das so. Da es Ihrem Antrag ja gerade um die Stärkung der Nachfrage geht, stelle ich mal die ketzerische noch weitgehende Frage, ist es dann vielleicht besser, nicht auszubauen als falsch auszubauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf jeden Fall, wir hatten es auch schon von der Take-up-Rate. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Glasfaser erhöht, zweifelsohne. Und die deutsche Glasfaser, die in Kooperation mit der Intega beispielsweise auch in Teilen meines Wahlkreises Vorvermarktung durchführt, die erreicht immer häufiger die dafür notwendigen 40 Prozent. Und das ist gut so. Trotzdem kann aus Sicht der SPD-Fraktion auch die Stimulierung der Nachfrage für echte Glasfaser anschließend nicht schaden, beispielsweise durch eine Informationskampagne. Unter viertens schlägt die FDP dann ja die Gutscheine vor, zunächst pilothaft zu erproben und das Ganze dann wissenschaftlich zu begleiten. Aber lieber Kollege Stöberg, Sie wollen doch, dass es schnell geht. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, wenn es schnell gehen soll. Außerdem soll es auch noch unbürokratisch sein. Und dann schlagen Sie zwei verschiedene Gutscheintypen vor. Mehrere Antragsberechtigte, die einen Anschluss teilen sollen, diese dann auch noch bündeln können. Zudem soll, Zitat, für unterschiedliche Förderzonen und Fördersubjekte unterschiedliche Höchstbeiträge festgelegt werden. Das klingt so ein bisschen nach dem Distralprogramm der schwarz-grünen Landesregierung. Und die FDP nennt sowas doch sonst Bürokratiemonster, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Gutscheinidee hatte mit Satelliteninternet jedenfalls auch schon Andreas Scheuer. Und wir sind uns, glaube ich, in diesem Haus hier einig, von dem sollten wir am besten nichts kopieren. Am Ende plant er sonst noch eine Maut auf der Datenautobahn. Und wenn ich alles das zusammennehme, dann empfehle ich Ihnen, liebe FDP-Fraktion, und es tut mir jetzt auch leid an der Stelle, trotz des ganzen Lobes, beim nächsten Mal nachdenken first und Antrag second. Weil letztlich haben wir doch alle ein gemeinsames Ziel, und das ist der Ausbau des Glasfasernetzes, um diesen zu beschleunigen und zu erleichtern. Denn ein großer Teil der Verzögerungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ausbau resultiert doch aus dem Fachkräftemangel und der Personalknappheit in den Verwaltungen sowie in den Kapazitätsengpässen im Baugewerbe, und da vor allem im Tiefbau. Und Politik vollzieht sich eben nicht nur dadurch, dass wir alleine Fördermittel bereitstellen oder Gutscheine, sondern wie beim Ausbau erneuerbarer Energien beim Wohnungsbau, zeigt sich eben auch in der digitalen Infrastruktur, es geht in Hessen nicht voran. Es reicht eben nicht einfach nur zu wollen, man muss auch können und es machen. Wir brauchen nämlich nicht mehr Geld in Förderprogrammen oder in Schattenhaushalten, sondern eine Regierung, die tatsächlich auch umsetzt. Und das wäre mein Wunsch an die schwarz-grüne Landesregierung. Die Verkehrswende zu wollen, baut noch keine Straßenbahnliege und keinen Radweg und reaktiviert auch keine Zugstrecke. Und so ist es beim schnellen Internet eben auch. Und wer schon mal einen Bauantrag gestellt hat, der kennt das. Es dauert. Und zwar unterschiedlich lang, je nach Kommune oder Landkreis. Und das kostet eben nicht nur Zeit, sondern auch bei steigenden Baupreisen geht es richtig ins Geld. Und das ist beim Breitbandausbau eben nicht anders. Und deshalb müssen die Verfahren hier dringend schneller werden, digitaler, und es müssen qualifizierte Menschen da sein, die vor allem bauen, bauen, bauen. Und aus Sicht der SPD-Fraktion braucht es dafür erstens zusätzliche Anreize der Landesregierung für eine nachhaltige Kapazitätsausweitung im Kabeleitungstiefbau. Es braucht Maßnahmen, um dem Mangel an Fachkräften entgegenzuwirken und entsprechende Qualifizierungsprogramme. Es braucht drittens eine Standardisierung der Genehmigungsverfahren. Es braucht einfachere Prozesse. Und dies geht insbesondere mit Blick auf moderne Verlegeverfahren von Glasfaserkabeln. Und viertens, last but not least, die Digitalisierung der Genehmigungsverfahren, wie sie zum Beispiel bei den Anträgen der Leitungsverlegung ja auch schon existiert. Und diese müssen erweitert werden und zügig auf ganz Hessen ausgeweiht werden. Weil bisher sind das eben nur Pilotprojekte. Und lassen Sie mich zum Schluss noch mal etwas zu diesen Modellprojekten sagen. CDU und Grüne nennen die ja auch, den Maschinenring zum Beispiel, dem Antrag selbst. Sprechen Sie davon. Für mich ist ganz klar erstens Pilotprojekt, zweitens Evaluation. Und wenn diese positiv ausfällt, Ausweitung aus ganz Hessen. Und liebe Landesregierung, das ist keine Politik, das ist Logik. Zwar fördert die Landesregierung schon Breitbandberater in den Kommunen. Das ist auch eine gute Sache. Es sind allerdings nur vier in ganz Hessen. Und die Summe, die das Land dafür ausgibt im Jahr, ist eine halbe Million. Das bedeutet bei 422 Städten und Gemeinden in Hessen etwa 1.000 € je Kommune. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zu wenig. Und da wird deutlich, das ist einfach zu wenig Unterstützung des Landes für die Kommunalverwaltung beim Thema Breitbandausbau. Und daher fordern wir als SPD-Fraktion die Landesregierung auf, finanzieren Sie die Einrichtung von zentralen Koordinierungsstellen in den Kommunen über diese bereits vier existierenden regionalen Breitbandkoordinatorn hinaus, bitte. Ziel ist es an dieser Stelle, die Koordinierung und Steuerung des Glasfasernetzausbaus vor Ort zu bündeln und die Kommunen im Prozess zu entlasten. Denn um den Glasfaserausbau wirklich zu beschleunigen, müssen wir Folgendes tun. Die Baukapazitäten ausweiten, die Verfahren vereinfachen, die Koordinierung verbessern und Kommunen stärken. Vielen Dank. Für die AfD bitte ich nun Herrn Lichert ans Rednerpult. Frau Präsidentin, werte Kollegen! Dank der fast digitalen Partei der FDP dürfen wir uns heute mit dem Stand und der weiteren Entwicklung der digitalen Infrastruktur in Deutschland und in Hessen befassen. Betrachtet man die Zahlen zur Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen, danke sehr, so scheinen wir tatsächlich einmal wieder hintendran zu sein. Betrachtet man die Zahlen zur Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen, also inklusive breitbandiger Kupferanschlüsse, da sieht es wieder gar nicht so schlecht aus. Es sind ja hier schon ein paar Zahlen hin und her geflogen, ich muss sie wohl nicht wiederholen. So kommt es, dass sowohl die FDP als auch die Regierungsfraktionen aus dem Zahlensalat des Breitbandatlas ihren Nektar saugen können. Wenn jeder recht hat, ist es natürlich ein bisschen unbefriedigend für die politische Entscheidungsfindung. Glücklicherweise wird die uns aber abgenommen. Es ist z. B. von der Bundesregierung ein erklärtes politisches Ziel. Wir wollen Glasfaser in jeder Region und in jeder Gemeinde. So Andreas Scheuer, der hier ungeteilt populäre Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Natürlich hat die EU zu diesem Thema auch eine Meinung. Es ist ja schon angesprochen worden, Kollege Honka hat da etwas aus dem vergangenen Sommer zitiert. Ich möchte etwas aus dem vergangenen November zitieren, und zwar allein die Schlagzeile EU-Wettbewerbshüter billigen deutsche Beihilferegelung zum Ausbau von Gigabitnetzen. Das könnte also durchaus sein, dass die Skepsis von Minister Pinkwart heute gar nicht mehr zum gleichen Ergebnis kommen müsste. Ich möchte jetzt gar nicht tiefer in die Untiefen der EU-Regelung Das würde jetzt ein bisschen weit führen. Aber fassen wir es zusammen an der Stelle schon einmal. Die Debatte dreht sich also um das Wie. Wie kann das Ziel erreicht werden? Die gute Nachricht gleich am Anfang. Am Geld liegt es im Moment nicht. Es ist auch schon vielfältig hier von meinen Kollegen referiert worden, wie schlecht der Mittelabruf läuft. Auch die letzten Haushaltsberatungen haben das gezeigt. Frau Ministerin Sinemus, die uns jetzt gerade entschwunden ist, hat möglicherweise noch Erinnerungen an meine Frage, die sich in der kursorischen Lesung genau darum drehte. Was macht sie denn glauben, dass zukünftig die Mittel besser abgerufen werden und die Kernaussage, das wird schon? Zuversicht. Aber Zuversicht alleine ist doch kein politisches Konzept. Entbürokratisierung und vereinfachte Genehmigungsverfahren sind auch schon vielfältig hier genannt worden. Das stimmt natürlich. Da muss auch Hand angelegt werden, dringend. Aber diese Lippenbekenntnisse gibt es auch schon seit Jahren. Ganz offensichtlich waren sie entweder genau das, reine Lippenbekenntnisse oder sie sind einfach handwerklich schlecht umgesetzt worden. Man muss sich das einmal vorstellen. Es werden immer weitere Beratungsangebote geschaffen, teilweise sogar eigene Gesellschaften in öffentlicher Trägerschaft, Stichwort Gigabit Region Rhein-Main, damit die Kommunen in die Lage versetzt werden, überhaupt diese ganzen Programme nutzen zu können. Meine Damen und Herren, das ist eine geradezu kafkaeske Situation, die muss dringend behoben werden. Aber so schön es auch klingt, die Anträge der Regierungsfraktionen und auch der SPD laufen unter dieser Messlatte deutlich hindurch. Mehr von dem, was in den letzten Jahren schon nicht funktioniert hat, kann doch jetzt keinesfalls die Antwort sein. Deswegen kommen wir einmal zu einem wenigstens potenziell innovativen Ansatz. Das sind nun einmal die Gutscheine im FDP-Modell. Auch diese sind keine Revolution, sondern ein durchaus erprobtes Mittel. Beispiele aus anderen Ländern sind auch schon hier vorgetragen worden. Aber warum tun wir uns eigentlich so schwer, von den Erfahrungen dieser Länder zu profitieren? Das Gute übernehmen, das Schlechte besser machen? Was läge näher? Der Föderalismus ist fest verankert in der DNA der Bundesrepublik. Es könnte ein Wettbewerbsföderalismus sein, ein Wettbewerb der Ideen, ein Wettbewerb um die besten Lösungen. Die setzen sich dann automatisch durch, weil sie von anderen Bundesländern übernommen werden. Aber, verehrte Kollegen, wir wissen, dass es anders ist. Viel zu oft wird mit großen Augen nach Berlin geschaut, und das nicht nur wegen des Geldes. Denn politische Entscheider mögen es gar nicht, aus der Reihe zu tanzen und damit Risiken einzugehen. Das aber ist genau der Kern von Innovationen, die wirklich diesen Namen verdienen. Im Zweifel herrscht stattdessen politischer Herdentrieb, und genau das atmen auch die Anträge von CDU, Grüninnen und SPD. Es tut mir leid, das ist so, und deswegen können wir diesen nicht zustimmen. Lassen Sie uns doch einmal in Hessen ein bisschen mutiger sein. Wir glauben, dass diese Gigapit-Gutscheine dazu eine gute Idee sind. Übrigens nicht nur wir, auch die Monopolkommission hat dazu Stellung zu bezogen. In ihrem Sektorgutachten Telekommunikation von 2019 hat sie auch einen schönen Satz vorangestellt, staatliches Augenmaß beim Netzausbau. So, aber warum ist es jetzt eine gute Idee? Weil Nachfrage eben doch ein Engpass ist. Glasfaseranschlüsse sind ja nicht nur teuer in der Installation, sondern auch im Betrieb. Und oft und für viele Nutzer steht dem eben kein angemessener Mehrwert gegenüber. Mit 50 oder 100 Mbit kommen sie gut zurecht. Ich übrigens auch, obwohl ich auch, IPTV nutze. Und nicht nur Kostenerwägungen liegen dem zugrunde, sondern auch schlichtweg Erfahrungen, dass sich höhere Breitbandanbindungen, also höhere verfügbare Downloadraten oft gar nicht proportional in schnellere Downloadzeiten umsetzen lassen. Warum? Sie brauchen. Nein, weil vor allen Dingen auf jedem Netzabschnitt zwischen Nutzer und Server dann auch die volle Bandbreite zur Verfügung stehen muss. Und das ist selten genug der Fall. Trotzdem bieten natürlich Glasfaseranschlüsse Vorteile. Und die Gutscheine sind ein Mechanismus, um die Delta-Kosten für die Kunden zu senken. Und deswegen wird da natürlich auch mehr davon gekauft werden. Und vor allen Dingen, es geht doch nicht um ein Entweder-oder. Die Gutscheine sind eine Ergänzung und kein Ersatz für die bestehenden Fördermaßnahmen. Trotzdem könnte das natürlich zu potenziellen Mehrbelastungen der Haushalte führen. Aber wir haben doch gerade ausführlich erklärt bekommen, dass genau das nicht das Problem ist. Bei der Ausgestaltung des Förderprogramms kann man natürlich da auch entsprechende Bandbreiten einbauen, im Bedarfsfall die Reißleine ziehen. Deswegen ist diese Gefahr tatsächlich sehr überschaubar. Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, eine gesteigerte private Kundennachfrage würde natürlich auch zu einer höheren Investitionsbereitschaft bei den Netzbetreibern führen. Es käme sogar potenziell zu einer gewissen Gegenfinanzierung. Aber das ist nicht das Primärziel. Es wäre bestenfalls Beifang. Wenn jetzt der Einsatz von mehr Geld zu mehr Anschlüssen führt, ist das doch genau das, was wir wollen. Aber es gibt auch kritische Aspekte, die man bei dem ganzen Thema betrachten muss. Erst einmal, Glasfaser ist Mittel und kein Zweck. Deswegen wenden wir uns gegen die pauschalisierte Diskriminierung von Kupfer. Die einschlägigen Verbände haben sich seinerzeit und auch immer heute noch sehr kritisch zum Beispiel mit der Vectoring-Entscheidung der Bundesnetzagentur auseinandergesetzt. Warum? Ja, klar, weil weniger Glasfaseranschlüsse dadurch geschaffen wurden. Interessanterweise fand gerade gestern eine Pressekonferenz der Bundesnetzagentur dazu statt. Die hat sich natürlich ein bisschen selbst gelobt und gehört einfach dazu. Aber der Kernpunkt ist, dass durch Vectoring höhere Bandbreite zu günstigeren Kosten schneller verfügbar ist. Was kann daran falsch sein? Ich möchte auch noch ein paar Sätze zu der durchaus problematischen Verteilungswirkung verlieren, die Kollege Leveringhaus zu Recht thematisiert hat. Das gehört nämlich auch dazu. In der Tat ist es so, dass Glasfaseranschlüsse tendenziell von Besserverdienenden gebucht werden. Insofern muss man sich natürlich fragen, ob eine solche Subventionierung von Besserverdienenden tatsächlich unser Ziel sein kann. Die gleiche Frage müssten Sie aber bei Elektrofahrzeugen ganz genauso stellen. Das sind nach wie vor ökologische Fanartikel. Auch wenn Herr Minister Al-Wazir möglicherweise jetzt gleich wieder sagt, der meistverkaufte ist doch der Renault Zoe, der ist doch nicht so teuer und so weiter und so fort, geschenkt. Dieses sozialpolitische Argument darf jedenfalls kein Totschlagargument gegen solche Modelle sein. Es gehört aber zu einer rationalen Auseinandersetzung dazu. Deswegen muss genannt werden. Ich fasse zusammen. Es ist politischer Wille und erklärtes Ziel, Glasfaserausbau und Nutzung massiv zu erhöhen. Dazu bedarf es natürlich unterschiedlicher Maßnahmen. Wir müssen generell stärker dazu übergehen, dass wir politische Ziele mit Maßnahmenbündeln erreichen wollen. Im Zeitverlauf priorisieren wir die Maßnahmen, die am effizientesten die Ziele erreicht haben. Das war schon immer vernünftig. Aber durch die Corona-Krise und die Zukunft der Staatshaushalte ist es zwingend. Wir unterstützen den Antrag der FDP. – Danke sehr. Für die Landesregierung bitte ich Frau Ministerin Prof. Sinemus ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! – Ich konstatiere, wir sind uns zumindest einmal einig über ein Ziel. Nämlich wollen wir den Glasfaserausbau schnellstmöglich und bestmöglich voranbringen. Wir sitzen hier oder stehen hier, je nachdem, um uns mit dem Antrag der FDP und den anderen auseinanderzusetzen. Auch hier konstatiere ich, dass nicht jede Aussage in Ihrem Antrag, der sich ja sehr eng an den der Bundestagsfraktion aus dem Oktober 2019 anlehnt, aus der Luft gegriffen ist. Denn richtig ist, dass der Glasfaserausbau nicht nur von den TK-Unternehmen verantwortet wird, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger gefordert sind. Richtig ist auch, dass in der Pandemie der Zugang zu leistungsstarken Netzen extrem wichtig ist und wichtig bleiben wird. Aber ob ein Gutscheinmodell in der jetzigen Situation einen weiteren Nachfrageschub geben kann, gerade in Richtung Glasfaser, das möchte ich doch mit einem großen, großen Fragezeichen versehen. Ich halte vielleicht in einer anderen Perspektive als Sie, nämlich unsere Gigabit-Strategie, durchaus als eine erfolgreiche Grundlage, um konsequent unser Ziel des Ausbaus weiterzuverfolgen. Und gerade im Bereich der Pandemie hat es uns doch auch gezeigt, dass wir zukunftssicher aufgestellt sind. Denn, und hier möchte ich vier Punkte nennen, erstens, und das wird uns von vielen konstatiert, dadurch, dass wir im Digitalministerium die Aufgaben gebündelt haben, können wir hier schneller und zielführender umsetzen. Und es lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen, denn auch Baukapazitäten, haben Sie ja richtig gesagt, werden nicht von heute auf morgen gemacht und auch Glasfaser wird nicht von heute auf morgen angeschlossen. Das dauert. Zweitens. Wir haben diesen Zielen entsprechend ein Förderprogramm aufgestellt und dieses, die Kolleginnen und Kollegen haben es schon gesagt, sind in dieser Legislaturperiode mit einem Förderbudget von 270 Millionen € ausgestattet. Drittens. Wir haben eine flächendeckende Beratungsstruktur eingerichtet, Breitbandbüro Hessen, regionale Breitbandberatungsstellen, Kreiskoordinatoren. Und, lieber Herr Kaffenberger, Quantität ist nicht gleich Qualität. Das einfacher Umrechnen auf die Köpfe reicht nicht, denn die machen einen super Job vor Ort, und den machen Sie auch so, dass es effizient in der Umsetzung ist. Viertens. Wir legen einen besonderen Schwerpunkt gerade auf die Verbesserung der Digitalversorgung im ländlichen Raum. Wo stehen wir aktuell? Viele Zahlen wurden genannt. Man kann immer das Zahlenwerk rechts hoch und hoch und runter sehen. Aber ich gehe jetzt einfach einmal auf den Stand 2020 auf dem Breitbandatlas ein. Eine 50-Megabit-Versorgung im Download in Hessen und von 96,5 % aller Haushalte und 89,1 % haben Zugriff auf 100 Mbit. In Hessen sind 53 % der Anschlüsse Gigabit-fähig. Und damit konnte der Versorgungsgrad seit Anfang 2019 um insgesamt 33,7 Prozentpunkte gesteigert werden. Klar kann man sagen, das ist nicht gut genug, und auch wir wollen hier die 100 %, richtig. Aber knapp 34 % in den letzten zwei Jahren zugelegt zu haben, ist auch ein Fortschritt. Das zeigt, dass in Hessen der Gigabit-Ausbau enorm an Fahrt gewonnen hat. Das haben wir geschafft, in einem guten Miteinander mit den Akteuren sie einzubinden und vor allen Dingen durch gezielte Förderung dort, wo der Markt aus wirtschaftlichen Gründen nicht tätig wird. Ja, wir haben viele Aktivitäten hier im Land Hessen. Und ja, die Nachfragesituation hat sich durch die Krise deutlich verändert. Viele Kunden haben sich angesichts der Herausforderungen von gleichzeitigem Homeoffice und Homeschooling – ich kann Ihnen davon ein Lied singen – mittlerweile für höhere Versorgungsraten entschieden. Der marktgetriebene Ausbau hat an Bedeutung zugenommen, und das unterstützen wir ausdrücklich. Aber wenn wir fragen, was die Unternehmen, deren Interesse die FDP angeblich besonders gut vertritt, benötigt, heißt es fast immer schnelle, einfache Genehmigungs- und Förderverfahren. Und genau dem möchten wir Rechnung tragen. Und wir tun das erstens durch eine Änderung der hessischen Bauordnung, indem wir zum Beispiel für den Mobilfunkausbau bereits erhebliche Erleichterungen schaffen. Und beim Mobilfunkausbau war klar, Hessen ist das einzige Land, das genau das gemacht hat und geschafft hat. Zweitens – und auch hier wurde schon darauf rekrutiert – auf Pilotprojekte im Leitungstiefbau – Maschinen im Übrigen Hessen. Und, lieber Herr Kaffenberger, Pilotprojekte sind dafür da, um zu schauen, ob sie funktionieren. Und dann kann man ausrollen. Wir sind bereits beim Ausrollen. Drittens. Wir werden und wollen für schwer erschließbare Einzelladen, besonders in entlegenen Gebieten, hier als Überbrückungsmöglichkeit genau auf Satellitenkommunikation setzen. Das ist in einer Übergangsphase für uns der richtige Weg. Weiterhin erarbeiten wir – und auch das war ja gefordert – zusammen mit Rheinland-Pfalz am digitalen Genehmigungsverfahren für den Glasfaserausbau im Rahmen der OZG-Umsetzung. Damit sind wir bundesweit Vorreiter. Fünftens. Unsere Gigabit-Förderrichtlinie ist so ausgelegt, dass auch Leerrohrförderungen zur Verringerung der Ausbauzeiten und der Kosten beinhaltet sind. Diese befindet sich gerade in der Abstimmung. Das hessische Gigabit-Portal wurde bereits genannt. Auch hier werden wir die Planungs- und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Auf das heute online gegangene Digitalinfrastrukturmonitoring sind Sie bereits eingegangen. Das ist unser Ziel, nämlich hier für mehr Transparenz zu sorgen. Klar, auch wir wollen schneller dynamisch vorankommen. Wir wollen uns daran messen lassen. Wir wollen dies klar und transparent tun. Landkreisbezogen können Sie hier sehen, wo wir stehen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Das sagt unsere Gigabit-Strategie. Wir tragen also jetzt bereits erheblich zu der auch von Ihnen geforderten Entbürokratisierung und zur Beschleunigung der Verfahren bei. Alles, was zur Wirtschaftlichkeit der Ausbauvorrahmen beiträgt, hilft nämlich auch dabei, die Verfügbarkeitsquoten zu steigern. Und das wollen wir. Zurück zum Kernpunkt. Zurück zu Ihrem Antrag zu dem Vouchermodell. Mit der Nachfrageförderung für Glasfaseranschlüsse per Gutschein, auch Voucher genannt, hat sich die Landesregierung bereits sehr früh und eingehend befasst. März 2019 haben wir uns das Voucherprogramm in Großbritannien angeschaut und sind auch das im Hintergrund haben als Anregung vielleicht auf ein deutsches Förderkonzept auf das BMVI zugegangen. Das Bundesministerium hat das Modell abgelehnt, da es eher auf Einzelanschlüsse ausgelegt ist und dadurch kaum einen Beitrag für die Fläche leistet. Und zudem erachtet der Bund die Voucherförderung als beihilferechtlich problematisch. Daher müssen wir und sollten wir – einige Vorredner haben das bereits angesprochen – dieses Modell und seine Wirksamkeit infrage stellen. Trotz aller Beteuerungen, der bürokratische Aufwand ist derzeit unverhältnismäßig. Kollege Honka hatte darauf hingewiesen und bereits auf die Antwort des Kollegen Pinkwart in Nordrhein-Westfalen hingewiesen. Denn diese machen das Modell genau deswegen nicht, weil sie entbürokratisieren wollen. Und das wäre mehr Bürokratie. Des Weiteren – auch das wurde angesprochen – in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg haben sie noch nicht einmal ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht. Sie sind in der Konzeptphase zu einem solchen. Und ob es dann tatsächlich auch sinnvoll ist, das werden wir sehen und werden das auch beobachten. Wir schauen in diese Richtung. Wir schauen aber auch in Richtung Bund, weil nämlich im Bund die Rahmenbedingungen sich geändert haben dieses Jahr. Der Bund hat nämlich am 26. April dieses Jahres seine Richtlinie zur Graue-Flecken-Förderung in Kraft gesetzt und ohne Voucher-Förderung, trotz Prüfung der Modelle. Für die Ableitung von Maßnahmen war aber zunächst die Veröffentlichung der Gigabit-Förderrichtlinie des Bundes abzuwarten. Zwischenzeitlich haben wir Signale von Unternehmen erhalten, die sagen, den marktwirtschaftlichen Ausbau nicht kaputt fördern, bitte. Außerdem kommen die Randbedingungen der novellierten TKG hinzu. Auch hier wollen wir schauen, wie sich das entwickelt. Das heißt, das letzte Urteil über das Gutscheinmodell ist auch mit der heutigen Diskussion im Landtag mit Sicherheit noch nicht besprochen. Aber die intensive Einbindung aller Akteure durch die Gestaltung attraktiver Rahmenbedingungen für einen marktorientierten Ausbau und der gezielten Förderung dort, wo der Markt aus wirtschaftlichen Gründen nicht tätig wird, werden wir in Hessen hier den Ausbau deutlich vorantreiben. Das zeigen die Zahlen. Und wir sollten durch die Einführung neuer Förderkonzepte den Markt nicht in seinen Investitionsentscheidungen behindern oder gar neue Bürokratien und Entscheidungsprozesse schaffen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, die gerade beratenen Anträge, den Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 20-5740, den Dringlichen Antrag der SPD, Drucksache 20-5785 und der Dringlichen Anschließungsantrag der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20-5803, überweisen wir zur weiteren Beratung an den DDR. Und wir treten nun in eine einstündige Mittagspause ein. Das heißt, wir treffen uns hier wieder um 15 Uhr und ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.